recht herzlich willkommen zur 69 folge von towns gut wir sind im spiel und lassen mal laufen da den händler gekommen aber den sollen wir außer acht lassen oder könnte ganz viel nein dann gehen darunter und holen das meint der michael und das lassen wir dann besser gut gehen wir gerade nach oben gucken wir hatten ja hier hauslebauung gemacht die decke hier noch zu machen da noch zu machen das wäre schon super und hier hinten auch ja da sind noch zwei steine darunter müssten dann noch weg wir können aber definitiv eigentlich dort noch dieses hier machen und schon sind die beide schwupps da weggenommen interessant und ich glaube den kriegen wir so nicht so kriegen wir auf jeden fall die glied so haben sie tatsächlich schon hingebaut ne ja der held ruht sich da raus aber der hat einige sachen an 14 von 26 das ist ja auch schon mal was und da wird wieder ein steinlein gebracht und er kommt bestimmt hier hin oder nicht aber da vorne gemacht aber der nächste läuft auch schon ok holz alles gut waffen haben wir im ersten direkt dran und rüstung aber keine donna ok aber auch egal da wird wieder einer steinlein gemacht wurden wir den jetzt hingebracht da hinten geht es hoch und weil die beiden noch da sind ging das auch mit dem zubauen da ok das esszimmer ist zu und eine küche haben wir schon wieder mehr zu so ja hier oben zweite etage wird dann auch immer mehr fertig ich habe jetzt wirklich gemacht nein doch nicht zwei vier fünf steine oder und hier und da gefallen ist keiner oder nein ich bin das 18 wo ist gar nicht weit weg von 1 26 ich schaue das eigentlich mit wirst du anziehen aus haben sie alle hier geht es nicht weiter passt also gut also dann sind wir die nicht mehr jetzt kann ich jetzt weiter geht oder nicht der einer zwei sind sogar okay die machen da weiter weiter ich glaube ich kann auch einen schneller laufen lassen gut hier fehlt jetzt noch einer da ist einer hingekommen da kommt der nächste hin wunderbar ich glaube dann können wir aber auch der dazu ist alle anderen machen jetzt ist gott kein namen arbeiten da da holt er sich gerade an den nächsten stein stein dann okay da ist werde ich hier ist fertig er holt sich wieder holz und bastelt wieder ein also alles gut hier liegen so viele sachen hier sollten wir mal zusehen dass wir den raum hier zu kriegen küche und dann nennen wir es vorratsraum und wenn wir da fertig sind machen wir da weiter wo ist der denn da so da fällt da wohl noch einer gut dann kann hier auch noch was hin da zwei rein da zwei rein was macht die happiness 10 da war schon mal bei 18 leicht gefallen oder jetzt eine oder erntete äpfel sieht's überhaupt mit essen aus fünf brote sechs äpfel vier bieren sollten wir dann nochmal hier zugelangen ich denke ja gucken der erste kommt da unten ist auch jemand an der ernten jetzt dann geht da ist das und da ist das so jetzt muss ich hier geerntet werden da kommen auch noch ein paar mehr die helfen dann ja funktioniert glaube ich oder hier da sind nur ganz viele aber das wird wohl auch werden 17 von 26 noch neun stück kommt noch welche alles erntehelfer ja ja ist gleich hier geschafft ne da oben noch ein paar blaue stellen da sind sie schon weg da werden es weniger noch zwei leute da einmal und da einmal und der Rest ist schon erledigt so jetzt ist es mit dem holz noch dran wo einmal ein keller ist mit den grabstätten aussieht da sind aber noch reichlich da also alles gut hier müssen noch steine gesetzt werden da sollen welche abgebaut werden ja kommt der da nicht hoch oder müsste aber eigentlich ja ah guck mal hier wurde schon wieder gebaut und da auch hier wieder kräftig dabei an den holzarbeiten 13 26 das ist nicht ganz gut oder wieder holz glitze gemacht ok geht voran wieder zwei dabei schon fast die frage ob man da nicht mehr bauen sollte vielleicht einen dritten noch dahin stellen kommen händler lassen wir weiter laufen die bank und dann wurde die täler geht da die Tür ist da vorne ja so ist das ein händler? der ist noch nicht da hier fehlen nicht mehr viele 5 und da 6 jetzt ist der händler da aber wir lassen weiter laufen was würde er denn haben wollen oder uns bieten die zwei gerzen werden interessant warum wir nicht? der michael hat gesagt wir sollen das einlassen damit lassen wir das auch sein das 14 Küche ist auch noch nicht zu ja was machen die gerade? gute Frage ne? schlafen ja sieht so aus die drei sind das bestimmt die hier die holzarbeiten machen die sind immer müde ok irgendwo wird schon wieder Holz gefällt da und die beiden sind da ok ich glaube es ist wirklich so dass sie gerade geschlafen haben und jetzt wieder arbeiten der bringt einen nach hinten oder da kommen zwei hier fehlen noch drei da ist die zweite werkbank gekommen ne die dritte ist es nicht die zweite das ist schon mal gut und wenn der Wood Detailer daneben ist wäre auch nicht verkehrt ne? da fehlt noch ein stein dann ist da zu und da ist ein bisschen mehr aber ich glaube ich kann schon die letzte runde auch machen ne? da fehlt noch einer und der kommt da schon da fehlt noch einer so da ist zu und da ist auch gleich zu vier steine sind das noch so jetzt wollen wir hier mal weiter zu machen dann ist wieder keiner mehr da der es macht ah da doch gut zwei drei können arbeiten jetzt okay da fehlt noch einer jetzt aber der wird bestimmt auch sofort gemacht ich denke da ist er bei ne brah noch nicht mal guck an der ist es auch nicht oder? ne jetzt bin ich gerade am überlegen wie kommen die denn von da nach da da müssen wir noch eine Umleitung bauen oder so haben wir hier hinten auch irgendwie gemacht schon die kombo hoch und da hoch ich glaube dann müsste man hier das ist jetzt schwer ne? ich glaube die kommen da hoch den kriegt er gar nicht hingebaut irgendwie will er gar nicht so richtig hm 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 geht nicht ne? dann macht er da unten irgendwas hin dann kann es ja nur hier klappen das wäre jetzt wieviel? 1 2 3 1 2 3 3 1 2 2 3 1 Oh oh, das wird schwierig, sehe ich schon. Machen wir mal da hin, ich weiß nicht wo es ist, aber vielleicht passt es ja. Ja, müsste eigentlich. Ja, müssen wir mal gucken. So, wie weit sind wir? Hier ist zu, da ist zu, die Reihe ist auch schon dazugekommen. Ja, das hat wieder gut geklappt. So, gut, eine Reihe mehr haben sie zu tun. Happiness ist 20, auch nicht schlecht. Und irgendwie ist der Händler irgendwo oder was schon wieder da. Wurde laufen lassen. Gut, aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bedrohよね. Bis dann, tschüss danach. Was ist dann, tschüss. Babe.